Wie die Gewerkschaften fordern ja auch Sie eine verpflichtende Arbeitszeitverkürzung. Die Wirtschaft ist dagegen. Welche Ideen haben Sie? Wie soll denn das funktionieren, dass man die Arbeitszeit verkürzt? Sehr viele Menschen sagen, man sollte die Arbeitszeitverkürzung endlich einmal angehen. Die letzte ist sehr lange her. Wenn wir zurückschauen, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit noch Arbeitstage gehabt von 12, 13 Stunden, bis die dann gesetzlich einmal angegangen wurden. Die letzte Arbeitszeitverkürzung ist aber in den 1970ern vom halben Jahrhundert passiert. Und das ist spannend, weil in den 70ern ist die Produktivität stark gestiegen. Das heißt, man hat an einem durchschnittlichen Arbeitstag durch Maschinen und den technischen Fortschritt mehr und mehr geleistet. Es sind auch die Löhne gestiegen und man hat die Arbeitszeitbelastung gesenkt. Seit den 90ern sehen wir aber was anderes. Seit den 90ern steigt auch die Produktivität. Wir haben jetzt das Internet, wir haben immer mehr Roboter, wir haben künstliche Intelligenz. Nur die Löhne steigen nicht mehr so stark und die Arbeitszeit ist auch nicht mehr verkürzt worden. Das heißt, es wäre höchste Zeit, dass man darüber redet, wie man Arbeitszeitbelastung senken kann. Und ich glaube, das würde in manchen Fällen sogar helfen, den Fachkräftemangel in den Griff zu kriegen. Man sieht ja, dass, oder zumindest sagt die Wirtschaft, eine Arbeitszeitverkürzung würde diesen Arbeitskräftemangel verschärfen. Und im Gegensatz dazu, dass die Produktion und das Bruttoinlandsprodukt noch dazu einbrechen. Wie soll das Ganze, Ihrer Meinung nach, ohne Wohlstandsverlust jetzt vonstatten gehen? Es wirkt auf den ersten Blick vielleicht komisch, weil man sagt, in Branchen, wo man Arbeitskräfte sucht, sollte man die Arbeitszeit verkürzen. Es gibt aber Studien, die zeigen, dass zum Beispiel gerade im Pflegebereich das Sinn macht, weil die Arbeitsbelastung ist ein Grund, warum sehr viele Pflegekräfte wieder aufhören. Es gibt Studien der Arbeiterkomme von dem Vor- und Vorvorjahr, die zeigen, dass jede zweite Pflegekraft daran denkt, aufzuhören. Und wenn man es schafft, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, und da gehört dazu, dass man einfach wieder mehr Zeit zum Leben hat und nicht nur arbeitet bis zum Umfallen, dann würde man mehr Menschen in dem Beruf halten können. Und es würden vielleicht mehr ausgebildete Pflegekräfte, die den Beruf gar nie begonnen haben, trotz ihrer Ausbildung, dazu bringen, dass sie in den Beruf reingehen. Also man muss darüber reden, wie schafft man es, gerade dort, wo man Arbeitskräfte braucht, attraktive Arbeitszeitmodelle anzubieten. Wenn man über die Grenzen hinausschaut, Frankreich zum Beispiel, da wurden die Arbeitszeiten verkürzt, hat die Arbeitslosigkeit erhöht. Deutschland hat flexibilisiert, da sind die Zahlen gesunken. Warum ist dann für Sie das Verpflichtende Arbeitszeitverkürzen so wichtig? In Deutschland hat man einen gigantischen Niedriglohnsektor geschaffen, wo zwar schon viele Menschen eine Arbeit haben, aber davon eigentlich nicht leben können. Das ist übrigens auch in Salzburg ein Problem. Die Statistik zeigt uns, dass Salzburg im Bundesländervergleich auf Platz 1 ist, was die Wirtschaftsleistung pro Kopf angeht, dass wir aber bei den Einkommen pro Kopf weit abgeschlagen sind. Das heißt, man müsste auch in Salzburg eine Wirtschaftsstrategie entwickeln, wo man diese Niedriglohnjobs reduziert und wo man mehr Jobs wieder haben, die auch gut bezahlt sind. Da wird übrigens der Arbeitskräftemangel, früher hätte man dazu gesagt Vollbeschäftigung, helfen, weil jetzt zur Abwechslung einmal die arbeitenden Menschen in einer besseren Verhandlungsposition sind. Es gibt ein anderes Beispiel, Dänemark. Dänemark hat ein flächendeckendes 37-Stunden-Woche. Das finde ich, geht schon mal in die richtige Richtung. Dort ist der Vorteil, und das hat sich dort sehr bewährt, dass man auch die Arbeitszeit recht flexibel machen kann. Das heißt, ich kann am Nachmittag einen Ausflug mit den Kindern oder mit den Großeltern machen und dafür später noch einmal arbeiten, wenn es mir reinpasst. Meinen Sie, dass dann diese Art und Weise, wie die Dänen, Norweger, die skandinavischen Länder leben, dass man das auch übernehmen kann in einem österreichischen Bereich? Sind wir so? Also ich glaube, es gibt in Salzburg ein paar Baustellen. Das eine ist sicher, dass man in Salzburg die Wohnkosten in den Griff kriegen muss. Warum? Weil wenn ich gerade zur Miete das halbe Einkommen nur fürs Wohnen zahle, wird man sich schwer tun, Arbeitskräfte nach Salzburg zu bringen. Also den Menschen muss ja was zum Leben bleiben. Man lebt nur einmal auf dieser Welt, und man lebt ja nicht, um zu arbeiten, sondern man geht ja arbeiten, um zu leben. Und das wird mehr sein als nur ein Überleben. Und da glaube ich, hat Salzburg schon ein Problem, dass diese steigenden Wohnkosten auch zu einem Standortproblem werden. Dann sage ich auf jeden Fall Danke, dass Sie zu diesem Thema heute bei uns im Studio waren. Kai Michael Dankl, der Parteivorsitzende der KPÖ Plus in Salzburg. Sehr gerne. Schönen Abend. Do you think there ground? I love you.